Herzlich Willkommen hier in Jaroslawl, eine wunderbare Stadt der Kultur, der Wissenschaft, aber auch der Industrie. Es ist eine Perle gelegen an der Volga hier zwischen dem Wasser. Es ist einfach wunderbar. Sie müssen diese Stadt besuchen, diese Stadt der 100 Kirchen. Es ist eine Stadt, die Kultur atmet, die auch tatsächlich als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen wurde und Ensembleschutz genießt, weil sie so einen besonderen Stadtgrundriss hat. Es ist eine Stadt der Gastlichkeit, der Freundlichkeit. Die Menschen gehen herzlich auf einen zu. Es ist einfach wunderbar, hier zu sein und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, hier Jaroslawl, diese Perle an der Volga zu besuchen, die Menschen, die Kultur und die Stadt hier zu genießen.